Ab dem Spätsommer kommt der Audi Q5 im leicht geänderten Look daher. Damit bekommt er zum ersten Mal seit dem Marktstart im Jahr 2008 ein Facelift. Äußerlich ist die neue Generation an den abgeschrägten oberen Ecken am Kühlergrill und den chromumrandeten Nebelscheinwerfern zu erkennen. Hinten sind abgeflachte Endrohre und der geänderte Diffusoreinsatz die Erkennungszeichen. Technisch hat sich weit mehr getan. Audi verspricht durch neue Motor-Getriebe-Kombinationen bis zu 17% weniger Verbrauch. In Zeiten der ständig steigenden Spritpreise wohl eines der wichtigsten Themen. Da der Q5 auch nach mehr als drei Jahren Bauzeit auch im Innenraum immer noch frisch wirkt, fallen die optischen Updates sehr gering aus. Dafür gibt es nun mehr Möglichkeiten beim Infotainment, wie zum Beispiel ein WLAN-Hotspot oder eine App, mit der sich mehr als 5000 Internetradios empfangen lassen. Die Preise sollen nahezu gleich bleiben.